Herzlich willkommen zum Infotag der Ludwig-Ehrhard-Schule. In dieser Präsentation erfährst du alles über das Berufskolleg Fremdsprachen. Du unterhältst dich gerne in anderen Sprachen? Du willst andere Länder kennenlernen? Dann ist das Berufskolleg Fremdsprachen genau das Richtige für dich. Um im BK Fremdsprachen aufgenommen zu werden, benötigst du einen mittleren Bildungsabschluss und deine Englischnote darf nicht schlechter als 3 sein. Das BK Fremdsprachen ist ein zweijähriger Bildungsgang. Welche Fächer du wie viele Stunden haben wirst, siehst du in dieser Grafik. Es gibt allgemeinbildende Fächer wie Deutsch, Englisch, Mathe, Geschichte und so weiter, die du bestimmt schon aus deiner bisherigen Schule kennst. Außerdem gibt es schulartspezifische Fächer. Als zweite Fremdsprache neben Englisch wirst du Spanisch lernen. Mit sieben beziehungsweise sechs Wochenstunden wird diese Sprache intensiv unterrichtet. Du brauchst keine Vorkenntnisse in Spanisch. In Wirtschaftsenglisch lernst du das Englisch, das du später im Beruf brauchen wirst. Dazu gehören zum Beispiel berufliche Telefonate, E-Mails und Geschäftsbriefe. In den kaufmännischen Fächern BWL, Steuerung und Kontrolle, das ist Rechnungswesen, Gesamtwirtschaft und Wirtschaft lernst du, wie ein Unternehmen funktioniert, was die einzelnen Abteilungen machen und wie diese zusammenhängen. In Textverarbeitung arbeitest du am Computer und lernst zum Beispiel, wie man Geschäftsbriefe in Word formgerecht schreibt. Das BK Fremdsprachen hat also zwei Schwerpunkte, die Fremdsprachen und die kaufmännische Grundbildung. Das BK Fremdsprachen gibt dir auch die Gelegenheit, deine Sprachkenntnisse praktisch anzuwenden, zum Beispiel während eines Schüleraustauschs mit Serbien oder Ungarn oder einem Auslandsaufenthalt in Spanien oder Frankreich. Aber auch im Unterricht gibt es viele Gelegenheiten, die Fremdsprache zu sprechen. So wird deine Klasse beispielsweise in Wirtschaftsenglisch geteilt, sodass du in einer kleineren Lerngruppe intensiv kommunizieren kannst. Am Ende deiner zwei Jahre bei uns legst du deine Fachhochschulreifeprüfung bei uns ab. Diese besteht aus schriftlichen Prüfungen in Deutsch, Englisch, Mathe und BWL und einer mündlichen Prüfung in einer Fremdsprache, also Englisch oder Spanisch, und freiwillig noch in weiteren Fächern. Zusätzlich kannst du noch die Prüfung zum Wirtschaftsassistenten ablegen. Dann hast du noch zwei zusätzliche Prüfungen, nämlich in Wirtschaft und Wirtschaftsenglisch und noch eine weitere mündliche Prüfung in Wirtschaftsenglisch. Den Abschluss als Wirtschaftsassistent benötigst du, um später zum Beispiel an der Wirtschaftsoberschule deine allgemeine Hochschulreife erlangen zu können. Wenn du dich für das BK Fremdsprachen an der Ludwig-Ehrhard-Schule interessierst, freuen wir uns über deine Bewerbung über BWO. und wir uns über deine Bewerbung über BWO.